mach mal einen da dran ist ja gut ey entspann dich entspann dich mal oh bitte nicht ich hasse dieses Lied ich meine das fängt so geil an so dieses lustig schöne Pfeife und dann so auf einmal oh can you blow my whistle baby whistle baby dann verhunzt das Lied diese komische Rap scheiße das ist keine Rap scheiße aber egal Rap ist scheiße ne ich mag Rap aber ich mag eigentlich ich mag nur deutschen Rap ich 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 jetzt ist es das ist ja phenomenal ey ist dein Internet wieder gut das hat sich nicht geändert ja aber du kannst du hast mich ja gerade quasi richtig geschlagen ja das funktioniert aber ich hab mein Internet ist echt nicht besser geworden oder ich guck mal eben ganz kurz jetzt so 500 G äh 500 Gigabit äh Gigabyte wow so wie immer naja die Verbindung ist dieselbe wie vorher 36 Mbit also ganz schön scheiße möchte ich sagen ich sollte diesen Sprung doch eigentlich schaffen ich als Meister ey tja wenn du dabei geschlagen wirst und getrollt wirst weil ich keiner leiden kann ist das schwer wieso keiner leiden kann geil ne 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 ich schaff das alleine wenn ich den gleich nochmal schaff dann bist du am Arsch ich glaub das nicht ich glaub das nicht du musst den nicht nochmal machen du hast ihn ja geschafft ja ja ich weiß aber ich möchte dir ja nur Gesellschaft leisten aber ich kann das natürlich auch anders machen Aua really hurt Charlie das ist schön Charlie ja und dann kam der Typ hier rein und ich bin auf den Zugang und hab ihm 47 mal in die Brust gestochen Carl das tötet Leute also oh 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 das wusste ich nicht Carl Carl wie kannst du so etwas nicht wissen und Carl ja wo sind seine Arme Carl ah oh Gott oh Gott das ist die Killer was sind die Killerfläche ah also ich bin jetzt schon in den Tod gesprungen ich hab mich jetzt nicht wirklich ich bin jetzt nicht echt in den Tod gelaufen Jonas nee was geht ab ey was hast du denn für das sieht aus als ob du kotzen müsstest das ist zwar nicht zu knapp ich seh nix ich mach den Sprung trotzdem ich schaff den jetzt ich schaff den jetzt ich schaff den jetzt alter ist gut Hilfe geil Mami geil wie geil Junge oh ich hab neun nein okay jetzt jetzt bin ich in den Tod gefallen doch ich bin noch nicht tot ich bring jetzt die XP zum Lava Schluss du bringst mir das heute du zeigst mir heute wie man das macht wie geil wie geil du zeigst mir heute wie man das macht mit dem ganz oft so ganz schnell klicken das zeigst du mir heute das wirst du mir heute zeigen hast du das Programm denn wenigstens mal runtergeladen ja wie das Programm heißt hab ich dir ja schon gesagt ja ich kann mich aber nicht erinnern irgendwas mit X X-Mouse-Button-Control aber echt in dem Moment wo du mir du bist nix für Epileptiker weißt du in dem Moment wo du mir erzählt hast damit kann man ganz oft klicken das erste woran ich gedacht hab Minecraft XP Fläschchen das erste woran ich gedacht hab Minecraft XP Fläschchen du kannst ja alles andere auch machen du kannst Blöcke ganz schnell setzen was hab ich davon die Blöcke ganz schnell entfernen was hab ich davon die Blöcke ganz schnell zu setzen ich mein magst du übrigens Experience ja magst du die sehr nein gar nicht ich hasse Experience die sind scheiße und urinig nein ich kann eigentlich ich kann gar keine Sachen mehr aus dem Inventar ziehen nur mal so als Frage what the fuck ich kann warte mal nur mal so als Frage was bringt es mir wenn ich ganz schnell Blöcke setzen kann wenn ich doch sobald ich einen ich mein wenn ich einen Block setze und ich setze die so schnell dann setze ich doch einfach nur den einen über den anderen oder nicht hm wenn ich jetzt ganz schnell einen Block setzen könnte dann setze ich doch den Block und wenn ich die so ganz schnell so schnell setze ich doch den nächsten einfach direkt da drauf oder nicht ja 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 bringt mir doch nichts was hab ich dann davon ey wenn du zurückläufst dann hast du ja einen Block gesetzt wow toll du wirst übrigens einen Riesenspaß haben mit den Pilzgrünen nom 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 Der hat die doch nur durch... Ich kann auch genauso schnell, äh, Schadens- Tränke werfen. Ja, natürlich! Der tötet mich doch gerade mal. Nein, nicht ich. Also, ich wohne. So, geht ab. Nein! Schadens- Tränke-Alarm! Nein, 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 nein! Rettet mich, Baby-Kuh! Ah! Ah! Mann, ich bin sofort tot. Nein! 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 Das ist der Tod. Alter! Ich schaff den Punkt jetzt nicht, hör auf damit. Hier, nimm meine Opferkarten. Okay. Der ergibt sich. Nein! Du bist bestimmt voll tot, oder? Was killed bei Jonas? Er ist using magic. Der Jonas kann nicht. Ich kann ja keine Magie benutzen. Nur ich bin Magier. Ah, ich mag viel mehr Magie als der Jonas. Alter! Nein! Ich werd da direkt runter gehauen. Das ist doch geil. Wie geil. Wie geil. Nimm meine Opfergaben. Opfergaben. Er hat das Lamm geschnachtet. Jetzt liegt sie auf dem Boden. Das heißt noch mehr Pilzkühe. Hilfe. Alter! Junge! Ich würd gern springen. Die kannst du doch. Ich mach doch mal die Tempkühe weg. Alter! Junge! Lass es gut sein! Ich würd die Kuh da oben töten. Sorry. Ich sag mal, wenn du hier unten mal liegst. Alter! Weil du hier unten rum liegst. What the fuck? Alter! Ich glaub hier einmal durch. So 500 Stacks gebraten. Naja. Rohes. Endlich. Moment. Nein! Hör auf! Ja, ist gar kein Problem. Mach das mal mit Fledermäusen. Oh geil! Warte. Voll die gute Idee. Doch nicht, ne? Doch nicht, ne? Äh. Fuck. Alter! Alter! Die sind ja gar nicht behindernd oder so. Das ist auch nicht. Das sind liebevolle Tierchen. Deine Mutter ist liebevoll. Äh. So, jetzt geht's ab. Pass mal auf. Töte mich nicht! Ich bin wichtig! Hilfe, Mami! Nein. Er ist in Rage Mode! Tötet alles. Was mich hier noch äh 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 äh.. Alter ich will diesen Sprung jetzt. Äh.. Äh.. Äh äh Toll, jetzt hätte ich den Sprung geschafft, aber du hast mich getötet. Ich hätte dir auch helfen können. Warte, ich helfe dir. Am Arsch. Am Arsch. Jetzt. Du hast es schaffen können. Jetzt früher machen müssen. Rage. Alter. Ich klicke echt nur ein Mal. Ich glaube, ich werde dich umruhen. Das bringt doch nichts, wenn du von da hinten auf welchen Trank wirkst. Das sind immer noch mehr Fledermäuter. Fledermäuter. Ah! Warte. Warte. Alles wieder gut. Aha. Warte, jetzt habe ich wirklich keine Idee. Du machst jetzt Kaninchen. Ich fährt. Was? Nix, nix, nix. Jetzt pass mal auf, jetzt geht ab. Oh ja. Das Geräusch macht dich doch richtig an. Oh ja. Das Geräusch von stöhnenen Babys. Oh Gott. Mach doch mal irgendwas, mach doch mal irgendwas, mach doch mal irgendwas witziges. Ja. Du kleiner Scheißficker. Was gibt es denn überhaupt noch? Du hättest das nie, nie hättest du das geschafft, wenn ich dich nicht geschlagen hätte. Ich muss mich mehr beherrschen. Jetzt pass auf, weil jetzt abgeht. Oh fuck. Äh, wenn du die nachher, äh, wenn du die nachher auslöst, löst die, löst die mit einem Schadenstrank aus und sag mir vorher Bescheid, ja? Wenn ich das filmen kann. So kann. Okay, äh, du solltest es jetzt vielleicht starten, weil ich hab noch vier Frames. Ich auch. So, ich hab den Blick drauf. Werf einen Schadenstrank da rein. Ich muss vorsichtig mit dem Mausrat scrollen, sodass ich den Schadenstrank auswähle. Aber nur, aber warte, mach das. Ah. Oh Gott. Alter, wie viel Hütchen. Alter, guck mal, der Stuff, der hier oben rumliegt. Oh mein Gott. Warte, ich hab mein ganzes Inventar voll mit Hütchenfleisch. Oh, ich seh nichts mehr. Ich hab mein ganzes Inventar voll mit Hütchenfleisch. Ich seh nichts. Hilf mir. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich helf dir. Ah. Das war ich. Warte, ich hab, ich hab ne Idee. Ähm, warte. Rage. Ah. So, erstmal, lass ich das, erstmal lassen wir das jetzt aufsammeln, so. Äh, Trank der, äh, 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 da. Was? Was ist denn jetzt für ein Trank? Warte, wir warten jetzt kurz, bis meine, bis die XP von meiner Fresse macht. Mach schon mal die Hühnchenbombe, mach nochmal Hühnchenbombe. Ne, mach irgendeine coole Bombe. Hm. Ähm, Creeperbombe. Ja, haha, Creeperbombe. Hä? Ich nehm mal den Klassiker. Oh, warte, das war nicht der Klassiker. Ich wollt grad sagen, der hast du grad immer schon benutzt. Mach einen Schadenslang drauf. Ach. Du kannst da gar nicht mehr draufklicken, oder doch? Ich halte die Tasse einfach gedrückt. So. Warte, dann reicht schon. Nein, mach noch mehr, das ist viel zu wenig. Okay, jetzt ist gut. So, vier Frames. Jetzt ist gut. Jetzt werfe ich einen Verlangsamungstrank da drauf. Vorbeigeworfen. Oh mein Gott. Ich seh nix mehr. Ja, doch schon, aber. Warte, ich nehm besser doch einen Schadenslang. Da. Nein. Nein. Nein, keine Glitzerne Melone. Nein. Ah. So. Und warte. Fast geschafft. Und. Warte. Äh. No. Ah. Alter. Äh. Ich. Ich kann gar keinen Schadensdrank werfen. Ich f- Ah. Ich bin Pupser. Aber geflogen. Alter. Ja. Äh. Bei mir steht da jetzt schon seit fast einer Minute. Jonas, hey, I left the game. Alter. Wie das aussieht. Alter. Das war mega geil. Immerhin hast du es aufs Band. Ja. Alter. Jetzt mal echt. Das mit diesem Mausrad-Programm. Das, das, das müssen wir. Das müssen wir. Pete Smith erzählen. Weil das. Stell dir mal vor. Das in der Adventure-Mitfolge. Das ist schon geil. So. Warte. Ich würde sagen, weil ich glaube, wir hören jetzt langsam mal auf, oder? Mit aufnehmen, weil ich versuche das noch ein paar Mal und dann ist gut. Jetzt brauche ich jetzt nur einmal Milch. Ey, genau. Äh. Du machst gleich ganz am Ende. Mach gleich am Ende. Mach ganz am Ende mal nochmal. Oh. Warte. Kann man eine Eisengolem-Bombe machen? Eisengolem-Bombe? Ja. Wie soll das denn gehen? Du musst die ja selber bauen. Ne, man kann die auch mit Eiern.